Wer die Entscheidung getroffen hat, einen IT-Beruf zu ergreifen und das richtig zu lernen, der ist meiner Meinung nach bei uns genau richtig. Wir suchen Talente und Eigenschaften bei Menschen, nicht nur Schulnoten. Gerade für Studienabsolventen ist es sehr von Vorteil, hier das Trainee zu machen, da das Onboarding sehr ausgiebig ist und man alle Bereiche wirklich kennenlernt. In der GOB finde ich besonders toll, dass wir einen starken Zusammenhalt haben. Das offene Gestalten und Kommunizieren mit anderen Teamkollegen bzw. Kunden ist auf jeden Fall an erster Stelle. Durch unseren Job, der ja immer bei vielen verschiedenen Kunden ist, hat man einen super spannenden Arbeitsalltag, ja eigentlich die ganze Zeit, so lange man hier ist. Because of the colleagues who are really welcoming and who helped me to integrate faster. Ja, weil so viele nette freundliche Leute in der GOB tätig sind. Wenn ihr Interesse hat, sich weiterzuentwickeln und Fachwissen mitbringt und mit neuen Technologien zu arbeiten von Microsoft, dann ist der richtige Platz. Die GOB bildet sehr gut neue Mitarbeiter aus. Sie werden über Monate geschult und werden dann in die Teams aufgeteilt und auch nach ihren Fähigkeiten bewertet. Wo sind sie vielleicht am besten einsetzbar oder was sind vielleicht auch die Wünsche des Mitarbeiters. Und das Aufgabenspektrum in der GOB ist mittlerweile als sehr umfangreich.